Du bist das Wunder vom Freyhofgymnasium! 97, 98 hast du angefangen. Herr Örle, Herr West, Herr Stenker, Herr Steinacker und Herr Roos waren deine Begleiter. Viele haben ihn geschüttet, aber du hast es durchgezogen. Du warst ein Teil der Schule und die Schule war ein Teil von dir. Du hast es geschafft! Dein Wille ist wie Feuer unterm Hintern. Auch weil es schriftlich nicht so gut war. Nach dem Mündlichen hast du es trotzdem noch geschafft. Die Schule ist nun Geschichte! Aber jetzt geht die Fahrt erst richtig los. Sie wird lang und beschwerig sein. Doch kapituliere nicht schon jetzt. Und wie ihr wisst, nur Mut, nur Mut. Auch Mahatma Gandhi's Salzmarsch begann mit einem kleinen Schritt. 10.000 Stunden hast du hier verbracht. Doch nun, da die Zeit um ist, sind 10.000 Stunden nur ein Wimpernschlag. Und wenn sich der Horizont dunkelt und es immer Fenster wird, dann zeig du das Licht. Mach aus der Welt einen guten Freund. Geh raus und sing ein Lied. Oder tanze Samba. Auch wenn es nicht immer leicht war. Das will auch niemand behaupten. Auf der Studie fährt, warst du dicht. Prost! Prost, schön sein Gott! Prost, Prost! Prost, Prost, Prost! In Paris sind wir singend durch die Straßen gezogen. Und auf der Stufenparty hast du auf den Tischen getanzt. Ja, aber es blieben keine Folgeschäden. Prost, Prost! Heute, kannst du von dir behaupten? Prost, Prost! Sei stolz auf deine Leistung. Du hast dein Ziel erreicht. Wohin dich dein Weg aufführt. Ob zur Medizin. Wirtschaft. Oder zum Sport. Den Grundstein hast du gelehnt. Jetzt liegt es an dir, neu auszuprobieren und weiterzumachen. Aber vergiss dabei nicht, wer deine Freunde sind. Denn zusammen versetzen wir Berge. Deine Leistung war großartig. Deine Leistung war großartig. In der suicidii, M.D. Untertitelung des ZDF, 2020